Was in die Mitte, zur Mitte, zur Mitte blau Green ist schon eher fast gegangen Scheiße Oh Gott Was? Ich bin wieder der Einzige, das wusste ich Hallo Leute und herzlich willkommen zurück Zur Minecraft Bad Wars Und ich Und ich wollte kurz euch ein kleines Video vorstellen Also wir sind jetzt Wir sind Team Grün, ja Oder wir sind Team Blau Und wir Ja und ich habe so ein Jetzt ein neues Der ist gerade so Schon rausgekommen Und ich Das ist jetzt genommen Eigentlich Mit dieser Stürme ist das ganz lustig Sogar Finde ich Wir gehen jetzt einfach zu dem Ich habe es jetzt Mindestens mit meiner Blauen Tee Weil ich von nichts gerechnet Aber unser Unser Wett wird niemals zerstören Wiedersehen sie mal So Und ich habe keine Lust Wenn wir jetzt mal Aber noch sterben Alle gehen jetzt einfach zu der Mitte Alle gehen jetzt einfach zu der Mitte Geht schon wieder Hey jetzt echt los Mit dem ganzen Scheiß Und ich dachte Du geht es auch Schmeiß runter Und Schmeiß Oh mein Gott Einfach gut Einfach guter Das wusste ich wieder Mal Fuck Scheiße Dreck So ein Dreck Das war jetzt sehr geil Sogar Einfach nur gelb auseinandergenommen Oh Gott Und das wusste ich Und das meine auch Zerstört wird Nein Es gibt nicht Es gibt Es gibt nochmal Hör mal Wettkriegst du nicht Komm schon Ich muss den Fett Dich kriegen Verdammt Scheiße Nein Fuck Er geht Direkt Gerade Als ich untergebeite Da stirb ich Schon sofort Er war klar Alter Dreckswichser Ja Muss ich jetzt sagen Aber gelb ist schon Eher ausgestattet Von daher Muss ich mir Keine Darung machen Ich gehe jetzt Läften Und wir sehen Das gleiche Wieder Ja Ja und Und ich wollte euch Kurz so ein kleines Video Erfehlen Dass ich jetzt Nur ein Tag Nur ein Video Hochlade Weil ich ja auch Aufnehme Und du Hast mein Versteck Gefunden Ja und das Dressiert mich nicht Diese ganze Bitte Hatte sie mich gar nicht Dankeschön Ja Und bla Also Also ich weiß Dass mich Mich gehört hat Ich habe das noch Heute gehört Dass Wenn Wenn Microsoft Verkauft Oder Irgendwas Ich weiß Aber ich habe Jetzt keine ahnung Daher Von daher Muss es mir egal sein Von daher muss es egal Und es leckt wie ein Kackvogel Es leckt wie die scheiße Hier Steckt nur eine scheiße Ja Und äh Was ich jetzt nicht Der rechte Erinner Warum holt er einfach nur Gold Lächerlich Da holen sie sie alle Bronze PS Schon blau ist schon raus Und eine blaue schon raus Ja Ja Und zwar Also ich habe Ich habe so immer Mit euch Ganz schön Spaß gemacht Mit euch Mit euch Ist das echt nur cool Mit euch ist es immer Coolsten Am coolsten Bad Wars zu zocken Und äh So welbe games Die mich jedes mal prügelt Ja Die prügeln mich jedes Verdammte mal Und ich habe Ich habe euch gedacht Soll wir das wieder machen Wie ein Ja Obwohl die projekte Schon vorbei ist Und bei Michael Mensa Werde ich nicht mehr Weitermachen Ich habe keinen bock dazu Mit zum wochen Weil Jeder anständig Einfach sagen Dass ich Immer keine zeit Haben Und das Halb Wird es ausfallen Und dann spielt Nicht mehr Man so Ich lösche das Video Und da Weil eigentlich Will ich jetzt nicht Diese projekte Noch Mitmachen müssen Weil Ist so leider Weil erstens Dieser Typ Schietet Zweitens Es macht Irgendwie Kein bock Da Kriegen wir schon Sacken Und trotzdem Machen wir nix Und ich weiß Wer baut sich denn jetzt in mitte Ach Scheiße Ich brauche jetzt Bogen Alter Wenn ich jetzt Bogen kriege Alter Jetzt Ja Kann man Das Bett Kann man Das Kann Einer Von Euch Von Euch Das Bett Bett Zum Machen Kann einer Okay Okay Die haben das schon Nicht mehr gemacht Dann ist Zu mir kein Problem So Moment Ist noch nicht ohne Da Oh Gott Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Es kommt schon Alter Ich kann nicht sehen Wegen Das ist so Scheiß Hä Loll Loll What The fire Hä Es hat echt Geleckt Merke ich gerade What's going on What the fuck Ey Der Der hat die Kunde gefallen Loll Jetzt ist mir ein bisschen Aufgefallen Dass das Echt seltsam ist Das ist Sehr Seltsam Wer schießt ihr mich da Einer von team grün Oder von team grün Oh mein gott Oh mein gott Einfach geschossen Und dann Reicht Diese Komm Und Scheiße Oh mein gott Einer getrefft Ein gold Alter Wo ich habe Einfach nur Gejumped 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 Und dann Und dann Weiter Boho Yo Ich bin gut Ausgeführt Yo Oh mein gott Der tilzelt sich Wieder selber Der grün Ist echt So schwach Da kann Ich nichts mehr Blau Ist Das Dieses mal Werde ich nicht Von Anderen Geschubst Du kommst Der nächste Du bist der nächste Nein Fuck Dank Nochmal Eine Wo ist Die Ich Aus Nicht mehr Mehr Nicht mehr Mehr Ich bin Ausgeführt Und Das Nicht Jetzt Mal bitte Junge Komm Das ist Die Große Möglichkeit Alter Das ist Wieder Die Große Möglichkeit Wieder Anzutreffen Alter Oh gott Oh fuck Tat Boah Good job Alter So Das habe ich Auch schon Jetzt So Das weiß Jeder Gut Ausgeführt Und Die Worte Schon Echt An Der Spitze Spitze Was machst Du Stimmt Nicht Von Team Kommt Schon Och Mann Och Kommt Schon Wie Lächerlich Hatte Ich Sehr Kein bock Zu Sterben Jedes Mal Zu Scherben Neid Junges Deutsch Jetzt Brauche ich Was Zu Knabbern Ich Habe Jetzt Kein bock Zu Sterben Ich Wird Einfach Jumpen Und Team Gelb Team Gelb Was machst Du Was machst Du Schau So Und jetzt Wieder Oder auch Nicht Wenn Wenn Der Andere Auch Kommt Dann Heißt Es Jumpen Oh Fuck Boah Alter Da verliert man Nimm Ist In Brauch Geht Geht Einer Von Euch Zu Zur Mitte Scheiße Oh Oh man Ich Idiot Zur Mitte Kommt Die Schlawinski Du bist Schlawinski Mann Was soll Das Was soll Das Schöne Kacke Jetzt Reicht Es Mal Oh Nein Nein Jetzt Nicht Noch Ne Dreier Fach Das Geht Hier Nicht Oh Gott Er Ist Dumm Und Dann Der Ist Komm Ui Fuck Meine Fresse Boah Alter Einfach Jump Jump Richtig Gut Hier Was Zum Henker Wo Kommt Ihr Alter Her Oh Gott Ich Kann Nicht Mehr Ich Kann Nicht Mehr Aushalten Alter Ich Mach Jetzt Danke Das Wär Sehr Nett Von Euch Isak Schlawinski Und Dieser Kleiner Schlawinski Oh Oh Das War Sehr Gut Von Mir Oh Ich Hab Den Grün Eine Box So Das Wäre Jetzt Gut Für Für Meine Fantastik Ja Ich Muss Jetzt Scheiß Oh Gott Alter Wie Die Ausrasten Wie Verkloppt Jetzt Reicht Es Das Ist Sehr Krieg Für Team Geld Zertörter Ätz Batz Batz Team Blau Zerstört Klasse Stop Oh Fuck Autsch Au 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 Autsch Jetzt Reicht Für Den Kack Nein Oh Mein Popo Nein 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 Nicht mehr Mehr Ich hab Das Ja Auch Schon Satt Satz Für Nix Alter Ich mach Ich Ich Schieße Nur Wenn Die Hörte Bis Die Ist Zugekommen Weil Die Kann Jetzt Nicht Mehr Alter Alter Junge Komm Schon Da Das ist mein papa Oh Alter Junge Zu Einer Ihr habt jetzt zehn chance um mich zu schlagen zu können Loll Beides Kommt ihr einfach kommt einfach dass ich mir scheiß drauf bis die bis die erst wieder in sein base wieder zurückkommen ist die wieder zurück in sein base kommen bis sie zurück erst in Base kommen sie haben jetzt keine chance erst mal für mich einzustellen jetzt habe ich oder kommt der kommt der kommt der eine Was ist das Einer getroffen der andere auch Oh Nein Das Jetzt Yolo man Reicht es mit euch Schweine Oh Gott Egal Ich kann Vielleicht Kommt schon man wie lächerlich kann es sein Alter Nein Nein Tu es nicht Blöd man Du bist nicht Blöd man Oh Gott Fuck Jetzt da Wer Das Das Was ist das Ich bin Was Ich bin Was Oh Komm Oh Au Aber mein Popo Au hey 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 oh mein na und und eine getroffen alter und so jetzt habe ich jetzt kacke voll voll auf die hose bäms bist du blöd mach jetzt klar dreckiger dreckiger mist stadt oh gott das war sehr knapp ouch aua wie kommen die denn bist du idiot ich hätte komm aber doch rüber drauf ist jetzt alles team grün und da kommt der nächste auch da raus ok sorry grün ich muss dich jetzt binden zu gehen alter kommt spaß dies kommt kommt alter die sind richtig dumm geplatzt alter die grüne deckel marsch der welt was ich jetzt nicht recht dass die dass sie dachten sie können mich einstellen aber nein das passiert nur wenn man es scheiße ach komm schon wie lächerlich wie lächerlich das gibt es nicht warum jetzt habe ich die schnauze mit euch kleinen pisa man 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 jetzt könnte ich sie einfach runterfallen lassen aber wenn wenn die gutes essen komm bitte bitte kommt 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 ich hab's alter ich hab's einfach ich hab's einfach das ist krieg von oh gott alter gejumped oder hätte ich es nicht fies sogar alter schwede jetzt reicht es mir und ich geh gleich kfa ouch du bist reingefallen oh gott alter gut gut aber nein halt oh das habe ich nicht gerechnet warte kurz ich muss kurz was was war hier bei team rot ist ach du scheiße jetzt sind wir am arsch ich hab das gefühl dass team gelb einfach nur gejumped ist nein das ist nicht wahr junge wie lächerlich wie lächerlich ist das denn alter ich geh jetzt einfach ich geh jetzt einfach zu grün guck mal was die machen guck mal was die machen guck mal was die machen hm 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 tisch tisch hooootski soo wo kommst du mal her wo kommt der oh gott we am mittelfeld des todes und ich habe mir überlegt gerade was machen die da oh gott oh gott oh gott Das sehe ich gerade. Geh, Moment. Ja! Mann! Das war einfach der gute Wurf. Alter. Wo kommt der andere her? What the fuck? Ey, das war echt ein Katastrophe. Ich hasse diese gelben. Diese dreckige, dreckige. Rot, mach dich wieder an den Fläche. Und geh zu Timo. Schaff's! Nein! 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 Nein, das ist nicht wahr. Fuck. Fuck, Alter. Aber er hat gejumpt. Er hat gejumpt. Aber ich bin noch nicht langer nicht fertig. Weil erstens, ich habe keine Lust nochmal auf die Nerven zu bringen. Aber ich habe einen gekillt. Osmo. Osmo, ey. Ich rinne. Na. Er geht einfach drauf. Und jetzt bin ich... Jetzt gehe ich... kurz mal 10 Minuten bis zu fressen und dann... und dann verpiss ich mich jetzt auch. Gut. Kommen die? Nein, die kommen bei uns. Das ist gerecht. Weißt du was? Kann ich jetzt nicht... Das... Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Das lasse die zu. Niemals. Niemals. Team-Rot wird nicht ausgeschaltet. Oh, ne. Fuck that. Wir sind ein richtiger Marsch der Welt. Ich glaube, wenn wir... kurz bei die Team-Rot danken sollen. Alter. Oh, fuck that. Junge. Ich glaube, das war's dann. Das war's. Eine Scheiße. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Verpiss dich. Warte. Scheiße. Alter, alle fliegen durch die Luft. Scheiße. Fuck. Ich weiß nicht. Was ist da los? Timmy ist noch tot. Och, fuck. Weißt du was? Danke, Tim Gelb. Ihr seid echt die Besten. Aber das war's mit euren ganzen Scheiß. Mann. Oh, Punkt 12. In der Marsch. Mann, ich hasse diese, diese Drecks. Diese dreckige, dreckige. Muss ich jetzt sagen, diese dreckige. Und da. So. Dumm wie Brot. Team Gelb. Das... Das wusste ich mir. Ich wusste doch, dass du... Scheiße. Oh, fuck. Das kann... Nein. Diese dreckige... Alter. Hahaha. Lol. Lol, Alter. Wie lächerlich. Wie lächerlich. Das... Ja, eine raus. Junge. Habe ich ein bisschen? Hahaha. Lol. Hahaha. What the fuck? Lol. Die haben einfach... Die sind einfach nur aufgegeben. Loser. Ich sagte auch, gelbes nur Idiot. Alter. Alter. Wie ist das wirklich euer Ernst? Ich glaube, der Grün ist auch OP jetzt. Seid ihr jetzt nicht... Ganz ehrlich. Oh, danke. Ich wusste das. Ich... Kackwurst. Das ist nicht wahr. Die Grün hat uns einfach ausgeschaltet. Aber egal. Ich glaube, wir schaffen das einfach. Normalerweise ist der nicht allein. Der muss dann auch noch Chance haben, uns zu schlagen. Nein! Nein! Fuck! Noch der eine. Wir haben noch eine Chance. Komm, schaffe es ja, Alter. Jetzt hast du noch eine Chance. Ich gehe da schon. Ich wusste es. Ich habe sogar gekauft. GG. 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 Wo ist der? Ich glaube, der versteckt sich. Ja, weil er... Weil er dachte, er wäre cool. Aber nein. Ist er nicht. Drecks... Drecksfix, Alter. Ich wusste nicht, dass der Grüne einfach... Bei uns einfach reingepoacht hätte. GG. 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 Rot, du hast ein kleines Problem. Wenn er jetzt nicht schafft, dann hat er sehr Pech. Äh, Rot, schaffst du das jetzt oder bist... Ja, der Rot ist noch da. Er bereitet sich vor für seine OP, Alter. Eisenschmerz und dann... Rauf. Rauf da. Komm! Das ist nicht wahr. Ich gucke zu Eis, so wenn ich... Ich glaube, wette... Ich glaube, wette 3, 2, 1... Bye, bye. Bye, bye. Und ich... Hat er nicht? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaffst du es? Oh Gott. Ja. 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 Boah, das war echt knapp. Da war das einfach nur... Stand. Geil. Äh, Leute, da... Wenn euch gefallen hat, ihr... Das war... Wenn euch gefallen hat, dann gewähre ich Dinge da auch. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Part. Also, ist dann und ciao.